Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich habe gerade ein Video gestartet, um euch alles zu erklären. Das Problem war in dem Moment, die Aufnahme hat nicht gestartet. Also da oben, wie ihr jetzt seht, steht halt die Zahlen. Das ist mir jetzt echt später aufgefallen, dass da nichts steht. Ja, es gab einen Riesen-Patch, der 5.50-Patch. Jetzt hat sich alles verändert. Also bis zur Stufe 3 ist in jedem Land. Außer halt in Japan und so, das ist alles anders. Ja, hier eben alles aufgestellt. Da ist hier der Panzer plus die Mäuse, die ist neu. Da drüber auch die Reihe. Hier hinten der... Wie sieht die Panzer aus? Alter! Alter, sieht der Panzer aus. Ja, ich glaube, der hat sich... Ja, ich... Hier bei Dings hat sich auch was geändert. Früher war es so, dass hier... Wo ist der AMX-40? Ja, es gab damals einen AMX-40, der stand hier vor, vor dieser unteren AMX-LZ bis Heuer. Der war so geil, der Panzer. Der würde auch... Genau. Das gibt's auch in dem Land. Also immer bis Stufe 3 ist alles. Sie sind fast die im Land. Sogar hier hinten in China ist die Unterreihe. Ja, also hier die Reihe. Habt das hinunter hin weiter. Hat sich was verändert? Ich... Ja, also jeder, der sich das Spiel jetzt runterlegt, ich empfehle es. Es ist eine Art Produktplatzierung, die ich heute mache. Von Wargamy. Also ich finde das Spiel wirklich super. Ich hab... Äh... Nie angefragt, aber ich empfehle es euch wirklich. Und ich starte so eine kleine Produktplatzierung. Ich hab ein Licht zu mir übergegeben bekommen. Ich hab's ja kaum gefragt, ob ich eine machen kann. Ich hab, glaube ich, einmal eine Nachricht an die geschrieben, ob ich eins machen kann. Die haben mir nichts zurückgeschrieben. Ich mach's jetzt einfach. Also ist das wirklich ein super Spiel. Ladet euch jetzt wirklich runter. Ja, es lohnt sich übelst und du kriegst halt nur einen neuen Panzer, den wenn du verkaufen wirst. Warte. Kriegst du nochmal 250 Redets, äh, Gold. Dazu, wenn du den verkaufst. Also ich hab, dann hätte ich 500. Ja, ich spiel jetzt eine Runde mit dem. Ähm, ja. Achso noch. Ja, äh, ich hab von einem Freund einen Tipp bekommen, der auch mein Zuschauer ist. Ich grüße ihn wirklich herzlich. Ob ich, äh, Quanny machen soll, das ist ein Haarspiel. Vielleicht kenn ich es welche. Und ich weiß, dass mir definitiv schon so eine große Scheiße mache ich das machen. Äh, wie das, oh Gott, ja, schweiß ich nicht mehr mit der Rollstuhlsen sein. Gibt's einen Daumen nach oben, nach oben. Dafür, also jeder Daumen nach oben seht, sonst, wenn wir fünf Daumen nach oben kriegen, mach ich das definitiv. Und im Unterst, das muss ich mir leider, dass das noch viel was machen kann. Äh, ja, ich hab bestimmt kaum in der Garage gewissert. Ähm, das kann sein. Das ist, das ist, äh, D-ajeemar. Ähm, Bittungsplan sein kann sein, das ist. 특ig, dass, äh, gar nicht so viel da sein kann. Das ist ja, das ist, äh, das ist es. Das ist in einer 9. Das sehe ich sofort. Eine Achtung einmal hat. Passt nicht. Eine 60 ist es bis jetzt. Oh Gott, ja. Hier haben Sie. Hier haben wir vorgeschrieben, das ist ja... Das ist ja ein Streicher. Das ist ja ein Streicher. Wirkunftstreffer! Ja, das ist ja ein Streicher. Der ist ja der stärkste Kepanzerste von der ganzen Sache. Da ist ja ein Streicher. Da ist ja ein Streicher. Wir haben Sie! Oh! Wir haben Sie nicht mal angekratzt! Also ihr seht, den kannst du eigentlich nicht mehr. Wir haben Sie! Oh! Wir haben Sie nicht los hier! Was ist denn Wunderschönütiker? Ich weiß, ob Sie alles suckert sind...